ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonweis gibt es wie immer vorab der handel mit cfds er ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen mit dem nestek 100 an wir sehen einen wichtigen widerstand bei 15 268 punkten das ist das hoch vom märz 2022 und dort könnte sich eben entscheiden ob die rallye weitergeht solange eine rückkehr nicht möglich ist besteht eben die gefahr dass der markt weiter abdriftet und es gab einen erholungsversuch gestern aber jetzt kommt vorböslich wieder auch ein gewisser gegendruck rein und das bedeutet dass der markt nach wie vor anfällig ist um möglicherweise die erste wichtige unterstützung bei 14 679 punkten zu testen wir gehen rüber zum deutschen leitindex da sieht es danach aus als ob der kampf um die 16.000 punkte marke weitergeht die sämtlichen gewinne der vorwoche wurden ja bereits wieder abgegeben und im tageschart sehen wir dass ein ja eine gewisse erholungstendenz gestern zu beobachten war zumindest nehmen wir das an dem langen unteren schatten aber der verkaufsdruck nimmt eben wieder deutlich zu und das bedeutet dass wichtige unterstützungsmarken natürlich genannt werden müssen wir haben insbesondere eine wichtige zone zwischen 15.816 bis 15.891 da gab es am meisten aktivität kurzfristig und deswegen würde ich sagen dass sich da eben entscheiden könnte ob es zu einer stärkeren korrektur kommt oder nicht positiv wäre eine rasche rückkehr über 16.135 und da das könnte dann wieder für etwas mehr optimismus sorgen euro dollar hat die wochengewinne jetzt wieder abgegeben kurz vor der 1 10er marke gedreht beziehungsweise 1 10 33 gedreht das ist eigentlich der langfristige widerstand und ein rückgang wurde auch es auch zu sehen unter 10 9 42 das ist ein kurzfristiger widerstand also das zwischentief hier und der scheint jetzt eben für die zweite woche in folge die käufer auszubremsen und das bedeutet es besteht eben korrektur bedarf der goldpreis setzt die korrektur fort kurzfristig übergeordnet haben wir noch einen aufwärtstrend aber durch den bruch unter 1934 dollar besteht eben die gefahr dass der rückgang fortgesetzt wird bis 1870 dollar denn der weg ist hier mehr oder weniger frei eine positive überraschung wäre wenn dieses genannte tief zurückgewonnen wird da muss aber eben einiges passieren und das ist eben fraglich ob das dann am letzten handelstag der woche gelingt wti testet wiederum eine mittelfristige unterstützungszone und zwar den bereich zwischen 69 und 70 dollar hier gab es kurzfristig aber auch mittelfristig zahlreiche berührungspunkte und dort findet jetzt eben die nächste wichtige entscheidung statt oder wird jetzt entschieden wie es weitergeht das heißt entweder wird die zone nach unten durchbrochen und dann könnten wir einen zweiten test der zone zwischen 64 und 65 dollar sehen da gab es ja schon mal einen test in der vergangenheit und auch eine erfolgreiche verteidigung wenn der markt allerdings sich ja wieder leicht erholt und die zone auf wochenbasis verteidigen kann dann würde sich die lage stabilisieren wäre aber trotzdem sehr sehr vorsichtig weil der ausbruch über das hoch der vorwoche dass wir ein puppe sicher dann als fehlausbruch jetzt kommen gehen wir noch rüber zum bitcoin die rallye in dieser woche ist ganz schön stark wenn wir in den tageschart wechseln sehen wir aber dass bereits seit gestern die dynamik deutlich nachgelassen hat wir haben ein inside bar und auch heute scheint sich die handelsspanne weiter zu verengen das ist auch kein zufall denn wir haben die runde 30.000 dollar marke erreicht und das ist auch ein wichtiges zwischen hoch beziehungsweise ein hoch was etwas unterhalb des jahreshochs notiert und da wird sich das jetzt eben auch entscheiden ob wir heute oder vielleicht auch am wochenende nochmals einen ausbruch sehen um das jahres hoch zu testen und zu knacken danach könnten wir die 32.000 dollar marke sehen oder der markt fällt jetzt erstmal etwas zurück um dann zu einem späteren zeitpunkt wieder anzugreifen das gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat viel erfolg für heute und natürlich auch schon mal ein schönes wochenende alle bis zum nächsten mal